Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur. Oder soll ich eher sagen, war dein Traumabitur, denn mit diesem Video möchte ich mich ganz ganz herzlich für ein großartiges Schuljahr 2018, 2019 bedanken. Wie gesagt, für viele ist jetzt der Versuch sein Traumabitur zu erreichen vorbei. Ich hoffe es ging erfolgreich für die meisten von euch aus, für diejenigen die natürlich in den nächsten Jahren noch ihr Abitur haben, für die geht die Reise natürlich weiter. Aber ich möchte mich einfach an dieser Stelle mal bedanken, denn mit diesem Video werde ich auch verkünden, dass ich in eine Sommerpause gehe. Und ja, es war nämlich einfach für mich ein unglaubliches Jahr. Wir sind natürlich auf YouTube extrem stark gewachsen, ich meine wir sind zwar mittlerweile 31.000 irgendwas Abonnenten, was für euch vielleicht mittlerweile normal ist. Für mich ist es immer noch nach wie vor unverstellbar, 2,5 Millionen Gesamtaufrufe, Videos die teilweise bis zu einer halben Million Aufrufe haben. Es ist verrückt für mich, ich bin super dankbar dafür, dass wir mit der Community auch nach Amsterdam reisen konnten, nach Prag reisen konnten, all solche Sachen. Es war auch unglaublich viel Arbeit, ich bin sehr stolz alles so auch durchgezogen zu haben. Und auch, bin auch euch einfach dankbar, dass ihr auch immer so dabei wart. Auch, dass es einfach dann mir auch einfach zeigt, dass wenn ihr dabei seid, weil sind wir ganz ehrlich, ihr schaut zu 90% das Video, weil es euch was bringt und nicht, weil ihr mir was Gutes tun wollt. Zeigt einfach auch, dass es euch so viel geholfen hat, dazu habe ich natürlich auch unzählige Instagram-Nachrichten und YouTube-Kommentare bekommen, deswegen auch dafür vielen, vielen Dank. Es freut mich auch mega krass, einfach vielen von euch sehr viel, einfach sehr gut helfen zu können, damit ihr den Start in die Zukunft habt, die ihr euch vorstellt. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank, ich werde jetzt die nächsten zwei, vielleicht auch drei Monate dafür nutzen, einfach wieder ein bisschen runter zu kommen, sehr viel zu reflektieren, einfach auch noch mehr in mir selbst geerdet zu sein. Ich werde vielleicht, vielleicht nach Indien gehen, das ist nur ein Gedanke, mal schauen, was passiert. Ich werde auf jeden Fall viel, einfach auch Zeit mit meiner Familie verbringen, meditieren und eventuell eben auch an weiteren Konzepten für euch weiter zu arbeiten. Wie gesagt, das Traumabitur-Coaching ist in den letzten Monaten hervorragend gestartet und jetzt geht es für mich darum, auch das Ganze einfach nochmal auch auf ein nächstes Level zu heben, wirklich zu schauen, wie können wir euch noch stärker helfen, wie können wir noch stärker den Erfolg garantieren. Und ja, das bedeutet mir einfach unglaublich viel. Wie gesagt, hier auf diesem Kanal wird es jetzt fürs Erste voraussichtlich, was heißt keine Videos geben, es wird auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, aller Voraussicht nach, eben zum neuen Schuljahr, dann wenn ihr es eben auch wieder braucht, diejenigen, die eben in die nächsten Schuljahre auch weitergehen, dann wahrscheinlich eben entsprechend auch wieder die gewohnten Videos geben, mit meinen besten Tipps, damit ihr euer Traumabitur erreicht und in der Zwischenzeit weiß ich nicht, was passiert. Es kann sein, dass ich in der Zwischenzeit auch einige Videos mache, das heißt, wenn es irgendwelche Themen gibt, die entweder in Bezug auf die Schule noch, ich wünsche auch auf jeden Fall allen denjenigen, die die mündliche Prüfung noch haben, die letzten ganz, ganz viel Erfolg. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Videothemen habt, die euch super interessieren würden, zum Beispiel auch gerne, was man nach der Schule tun sollte oder andere Themen, schreibt mir die sehr gerne in die Kommentare. Das heißt, in den nächsten zwei, drei Monaten wird jetzt hier nicht mehr jeden Tag ein Video kommen, sondern aller Voraussicht nach erst mal erst ab August, sage ich mal wieder. Wie gesagt, wenn ihr sagt, hey, zu dem Video oder zu dem Thema, zu dem Thema bitte ein Video, werdet ihr mir vielleicht auch überlegen oder vielleicht aus eigener Inspiration ab und an wieder ein Video hochladen, aber das wird jetzt quasi mehr im Ferienstil sein und ja, wie so, dementsprechend kann mir im Abschluss eigentlich nur noch übrig bleiben, Danke zu sagen und ja, ich hoffe, ihr macht's gut, wir hören uns bald wieder und in diesem Sinne denkt dran, ich glaube an dich und das ist wirklich das Wichtigste auch für die Zeit nach dem Abitur. Wir werden sehen uns dann vermutlich im, wann auch immer, nächsten Video. Bis dahin, dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team, nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream, I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah. Kann ich nicht ver Kardinalik eben auch nicht wie es so, wie es so, wie es oft ist im Ziel? Da ich mich erstmal able, natürlich stehen mir hier,